und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Reto Freunde hier bei eurem Reto Julien zu einer neuen Folge der Reto Klassiker und der Teil der Screen zeigt es schon heute zu Street Fighter 2 The World Warrior was für ein Game für den Super Nintendo das Hammer war sozusagen mein zweites Game glaube ich was ich jemals gezockt habe aber nach Super Mario World hatte ich das glaube ich zusammen bekommen mit Super Mario World damals für den Super Nintendo und Junge das haben wir so viel gezockt wir konnten das nicht wirklich sag ich mal die ganzen Moves ich kann euch nochmal zeigen wie wir das früher mal gespielt haben wollen wir noch klein machen also zeige ich euch mal den Super Move hier wie man das früher macht dann aber ich zeige euch mal ein bisschen das Spiel rein und top natürlich für dieses Game ist das Soundtrack das ist absolut absolute Obachtkache das war das Soundtrack irgendwie könnte man das hier abspielen das weiß ich leider nicht auf jeden Fall ersetzt gleich im Spiel eigentlich würde ich für die heutige Folge was anderes aufnehmen nämlich Fire and Ice für den Amiga aber irgendwie kam ich da nicht weiter das war irgendwie könnt ihr ja mal googlen was für das Spiel das ist Fire and Ice vielleicht kriege ich es irgendwie noch zum Laufen damit ich das doch in der nächsten Folge vielleicht aufnehmen kann aber zu dieser Folge erstmal hier Street Fighter 2 für den Super Nintendo so ich glaube ich stelle mal die Schwierigkeiten ein bisschen runter ich glaube da kriege ich nur auf die Fresse wenn ich das hier auf 3 lasse früher habe ich das ja schon mal auf 7 geschafft durch aber jetzt ne ich habe da keine guten Skills mehr drauf ich mache es mal auf 2 ich weiß echt nicht mehr wie die Schwierigkeit hier so war Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal was ich noch Trovarion So ich glaube ich war immer mit Ken oder Wiyo Ich zeige ich mal es gibt Wiyo, Edmundo, Ronda, Blanca, Gairo, Dalsim, Sengiev, Chun-Li und Ken das sind so die Charaktere es gibt bei der Fortsetzung gibt es noch die 4 Special Charaktere die du hier später noch bekämpfen musst hier bei diesem Teil kannst du sie nur noch nur bekämpfen ich glaube bei der Fortsetzung jetzt hat er mir Ken auf einmal automatisch ausgewählt aber Gucken wir mal wie ich mich hier schlage Der Soundtrack ist genial ich hoffe mal ich kann auch ein paar Tricks das kann ich auch noch das kann ich auch noch das kann ich auch noch gegen Wiyo ist es nicht so einfach aber Wiyo ist es auch noch Schwierigkeit 2 also ich soll mir ja nicht so viel kurse fressen haben also jetzt könnte ich den Spectrum und Wurf noch machen genau so beim nächsten Kampf zeige ich euch mal wie wir das früher so gemacht haben ich hoffe ihr könnt es irgendwie sehen ich halte es mal ein bisschen so zeige ich euch mal wie wir das hier früher gemacht ich spiele mit dem PS4 Controller gesetzt pass move und früher konnte man die Tricks natürlich nicht so auswendig da musste man sich was einfallen lassen um random die Tricks irgendwie auszuführen kann jetzt natürlich passieren dass ich verliere und wir haben früher immer so ja noch kurz auf wir sehen unser Dänja Einfach Eis wie Ja Ja Rastor hat er alles hier drückt wie es irgendwo Genau wie hat man da die Muster Genau wie hat man da die Muster irgendwie ausgeführt Achs Oh Oh was denn Konto und ich hab's noch im Hund Was ist das denn? Ja so war das früher So war das früher gezockt hier ey Wie immer spannend wie weit ich komme Round 2 Fight Und ich hab's noch mal Ich hab's noch mal Ich hab's noch mal Da sieht man seine roten Tango, Alter. Zwei Runde schafft, Jun. Bin gespannt. Spätestens glaube ich auch in den letzten gegen Mr. Bison ist es glaube ich auch der SM ist auch noch. Okay. Wartelt durch. In der Safe State wollte ich jetzt eigentlich niemanden. Er hat jetzt seine Gliedmassen, die er ausfarben kann. A la Ruffy oder so. Aber er hatte gegen Ken keine Chance. Da möchte ich nicht mal wissen, die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit sieben war halt. Kann ich auch, hier. Man hat doch früher immer, wenn man das ein bisschen raus konnte, immer dieses Haidouken gespammt wie Noro. Wenn man das raus hat, kann man das da und hier abfeuern. So, aber nächstes. Okay, wenn ich noch Angst habe, ist es Seng ist. Geil, ist auch um eklig zu kämpfen. Es ist auch sehr eklig zu kämpfen, ja. Aber. Oh. Da kann natürlich auch so... Was es eigentlich gewesen sind, ja. BAM! Bisschen habe ich es noch drauf. Bisschen habe ich es echt noch drauf hier. Aber ich würde mich niemals hier trauen, mit 7er Stärke zu kämpfen. Da habe ich null Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich bin schon froh, wenn ich bei den letzten vier komme, oder? Die Special Characters. Mal schauen, mal schauen. Wird bestimmt heute ein bisschen eine kürzere Folge, aber naja. Oh, die Bonus-Stage. Ich weiß noch nicht, wie die das beste Taktik genommen haben. Ich muss noch, glaube ich, an der Seite. Jetzt kriege ich Speckcheck. Ich wollte eigentlich die Drehattacke machen. Die hat irgendwie nicht rausgeführt diesmal. Da kriege ich halt nur Bonus-Punkte, wenn der das jetzt hier schafft. So. Oh, jetzt kommt Sengif, der Wrestler. Oh, der hat einen sehr harten Move, den ich in diesem Ort... Ups. Das ist ein Steinbaster. Oh, dass ich ihn... Oh, hoho. Ohne Schaden schaffe? Das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich dachte, er kriegt mich mehr zu greifen, macht einen von seinen Zug Lexus. So. Abonnet. Abonnet. Huuu. Ich würde euren nicht... Alter, der Rastos. Boah, der hat mich fast nicht richtig, Junge. Uh, der hat mich fast mein erster Niedler zugefügt, ja. Ich kann mich auch echt nicht mehr erinnern, wenn ich da jetzt am besten war, aber kennen wir glaube ich einen der besseren Camper, den ich noch hatte. Jetzt geht's Black, aber. Blacker, das Biest. Da kommt nur eine eklige Elektroattacke, die kann ja nur überraschen. Das ist eklig, wenn er... Ouh. Oh. Da hab ich mein erster Niederlauer, das hätt ich gewartet, weil den mag ich noch nicht. Das ist doch so klein. Wenn, wenn da, wenn da richtig gerade steht, ist er jetzt nicht klein, aber wenn jetzt so... Da läuft ja nur so... Da klappt dieses Drehattacke halt nicht süd. Der kämpft echt gut, Alter. Alter, da macht mich alle hin. Was? Alter. Das gibt eine Revancel, wenn da steht, ist es nicht gerade ein Plan. Wenn er so kämpfen würde, dann hätte ich wahrscheinlich... Ah, Platin macht doch. Das hat's halt auch ein Plan, das ist halt nicht mein Herz. Ey, komm, ich will jetzt noch zu der Special Camper Command. Dann erkennen wir... Mit Ken ziehen wir jetzt wohl, ey. Dann erkennen wir... Wenn er noch zum Zug kommt, da... Das ist schwierig. Oh. Da war... Jetzt haben wir ja jetzt. Das war die Rache. Oh. So, jetzt noch Shan Li fehlt noch. Ja. Dann kommt die Special... Ich weiß nicht, ich selber muss ich glaube ich nicht kämpfen. Das ist jetzt nicht. Ah, die ist auch ein bisschen nervig. Vor allem Seesaw zer-kick, was ich da kann. Falt die Attacke so nervig, ey. Weil die kann sie euch von der Wand anspringen, glaube ich. So richtig. Oh. 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 Ich kenne mich so ein ähnlicher Tag wie, wie Honda, bloß mit den Füßen. Das war so hoch, so Fashion Knappe. Oh. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich den beißen schaffe, ey. Oh. Ah, gut auszuwiesen. Was ist jetzt? Die Attacke meine ich. Was? Jetzt ist jetzt drin, haha. Diese Propellerattacke, die ist so gefährlich, aber da kannst du halt relativ gut ausweichen, wenn du dich guckst. So, jetzt kommen die, glaube ich, die Special Characters. Ja, das ist etwas, Balrog, Vega, Zagat und den vierten sieht man noch nicht. Das Game Balrog, oah. Den darfst du auch nicht zum Zug kommen lassen, sonst hast du keine Chance. Da, da, ein Boxer, der macht dich da alle. Eins, zwei, drei. Halt, zwei, drei. Der kann halt nicht so hoch springen. Das ist eine Schwäche, er kann halt nicht hoch springen, aber er kann austeilen, wie sonst keiner. Ich kann mich auch nicht richtig auf die Soundtracks konzentrieren. Ich kann mich auch nicht auf die Soundtracks konzentrieren. So, jetzt ist Vega. Oh, nee, das Auto erst. Dann geht's auf der anderen Seite. Ah, was? Sieht da so welche wie Honda, der macht das easy platt. Da kannst du diese, oder, äh, Chun-Li, kannst du diese Technik der tausend Arme oder Beine benutzen, dann ist das easy. Und Vega hat auch eine fiese Fähigkeit. Da kann er mich hinten an den Käfig verklettern. Und der ist der absolut beweglichste von den ganzen Charakteren. Den mache ich auch nicht so kennt, meiner halt so. Scheiße, beweglich ist er. Ah, ich hasse den, ey, nee. Er ist so schnell, der Typ. Schnell und bändig ist er. Er ist so schnell, der Typ. Mann, das gibt's nicht. Ah. Du sollst doch eine fucking Maske ab, Junge. Setz die Level auf, Mann. Okay, du schaffst das, Mann. Viva la Spagna, Junge. Du scheiß Krallner. Mann, das gibt's nicht. Mann, das gibt's nicht. Mann, das ist der Typ. Mhhh. Bloß so knapp. round two, fight. Das war's für heute. Oh, die scheiß Attacke, oh fuck, das meinte ich, komm, den pack, den pack mal, Junge, komm. Aber sie packt jetzt hier, muss es schaffen. Oh, die scheiß, ey. Oh, die scheiß, ey. Ah, kann man So ein Pferde Krieg den, ich krieg den Ey, das ist doch So betog, ey Kannst mit mal, Alter Ja, sind schon bei 23 Minuten, Mann Ich würde es euch schon noch Hoppen Jetzt habe ich ihn Jetzt habe ich ihn Die Drehattacke müsste ich Vielleicht öfter machen Scheinbar ein gutes Mittel hier Ich würde es euch noch Das war's das. Endlich! So, fehlen noch zwei. Genau deine fucking Masse zu stoppen. So, ich brauche Säge jetzt noch. Das ist auch so ein Rieser, Alter. Zwei Meter, Mann, ja, ey. Der kann auch so, ja. Der kann auch so'n Scheiß, jetzt. Muss ich hier in denen nicht springen, Alter. In denen darfst du, glaube ich, hier nicht so oft springen. Da macht er nämlich deinen Fighter-Uppercut da. Mew-Tai oder so. Kämpfe. Huch! Komm schon, ich will zum letzten kommen, ja. so beim letzten da war ich wo wir eigentlich versuche noch brauchen da wird dann rote augen ist doch wie ob da wirklich das m für mr steht werde ich ehrlich gesagt nicht aber habe ich jetzt mal früher mal gesagt Den Scheiß kannst du auch... Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das ist auch ein guter Konter. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das wird schwer, ob ich das noch schaffe. Oh, das soll es an dieser Stelle sein für die heutige Folge. Oh, waren wir wieder anstrengend, aber ziemlich spaßig mal wieder zu zocken. Das hat früher natürlich Multiplayer-mäßig hat das natürlich noch mehr Fun gemacht, mit Bro-Star das zu zocken und sich jenseits die rüber einzuschlagen, aber... Ach, naja. Ach, naja. Heutzutage spielt das leider kaum einer mehr Abo. Boah, auf jeden Fall ein geile, geiles Spiel. Es gibt ja etliche Teile davon, etliche. Das kann man echt nicht mehr aufzählen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es heute noch wirklich welche Competitors geben, die das zocken oder so, aber... Das kann ich euch mal sagen. Gut. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, dann würde mich doch über ein Like freuen, über ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Und dann seid gespannt, was zur nächsten Folge kommt. Wie gesagt, vielleicht habe ich ja Fire und Ice irgendwie hinzubekommen, dass das nicht irgendwie buggt oder so. Dann kommt das auf jeden Fall nächste Woche. Ansonsten überlege ich mich was anderes. Feines, Schönes. Und ja, lasst euch einfach warten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und währenddem würde das Video sorten oder betreten. Und Juli out.